Schalom, ich möchte heute über ein ganz tolles Thema sprechen, über Christus, der Herr. Über den generellen biblischen Monotheismus habe ich schon in Bibel TV referiert und auch im Israel Heute Magazin geschrieben und habe dafür erstaunlicherweise über 90 Prozent Zuspruch bekommen. Ich habe kein neues oder kein anderes Evangelium verkündigt, sondern nur die biblische Rangordnung zwischen Gottvater in Hebräisch, Yud-Heh-Waf-Heh, man kann auch Jahwe dazu sagen, und dem Sohn Gottes, Jesus Christus, gebracht. Die biblische und damit hebräische Glaubenslehre ist im Gegensatz zur späteren hellenistischen Theologie sehr einfach, extrem einfach. Damit alles Volk Gottes Willen verstehen kann. Der Hirte David genauso wie der Landwirt Amos. Dass Pharisäer daraus eine komplizierte Sache gemacht haben, hatte den Grund, das Volk von ihren Auslegungen abhängig zu machen. Gegen dieses künstliche Unverständlichmachen trat Jesus auf, siehe seine Gleichnisse und seine Bergpredigt. Auch Paulus ermahnte die Korinther, also die Griechen, die Hellenen, dass Gott ihre philosophische Weisheit zunichte macht, weil Gott das, was in der Welt verächtlich ist, erwählt hat. Wer in der Lehrweise Jesu predigt, benutzt automatisch einfache Gleichnisse, die auch das einfache Volk verstehen kann. Das aber ist vielen Theologen ein Dorn im Auge. Denn dadurch verlieren sie als theologische Zwischenhändler den Einfluss auf ihre Schäfchen. Als ob es ohne ihre knifflige Interpretation nicht gehen würde. Wir kommen nicht drum herum, es gibt nur einen Gott. Das ist der, den auch Jesus in Markus 12, Vers 29 als Adonai Elohenu Adonai Echad bezeichnet hat, der alleinige und einzige Gott. Dieser alleinige Gott, man kann ihn Jahwe, Jehova nennen, ist in diesem Gleichnis das Türschloss zum Himmel. Doch der einzige dazu passende Schlüssel ist Christus. Das heißt, zu Gott, dem Vater, im Hebräischen Jod-He-Waf-He, kommt man nur mit den passenden Schlüsseln. Daher schreibt Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 5, es ist nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus. So gehören Schloss und Schlüssel zusammen, dürfen aber nicht verwechselt werden. Denn der Schlüssel ist niemals zugleich das Schloss. Ihr Leben, ich selber habe schon Christus verkündigt, da waren viele von Ihnen noch gar nicht geboren. Da stand ich schon auf der Straße und verkündete Christus und bot den Menschen den Schlüssel an, damit Sie mit diesem Schlüssel, der Jesus Christus heißt, zu dem einzigen und allein wahren Gott kommen können. Leider hat die christliche Theologie die komplizierte hellenistische Denkweise übernommen und damit ist sie vom biblischen Ursprung abgewichen. Wenn Jesus von der Schrift spricht, meinte ausschließlich das Alte Testament, denn das Neue Testament gab es ja damals noch gar nicht. Daher muss man auch Johannes Kapitel 1, Vers 1 ohne Einfluss Namen des späteren Hellenismus auslegen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ihr Lieben, es besteht kein Grund außer der Macht der Gewohnheit, Logos, dieses Wort, als eine zweite Person der Gottheit zu verstehen. Denn wenn wir Logos aus der Sicht des Alten Testamentes und damit aus der Sicht Jesu und aus der Sicht des Johannes verstehen, sehen, ich sage noch einmal, für Jesus war das Alte Testament die Heilige Schrift, sehen wir im Logos Gottes Kommando-Wort, durch das alles ins Leben gerufen ist, was geschaffen wurde. Das heißt, Gott bleibt also immer, wie er gewesen ist. Der allein war Gott. So wie derselbe Johannes auch in Kapitel 17, Vers 3, Jesus zitiert, ich zitiere hier, Darin besteht das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Auch hier das Bild. Gottvater als alleiniges Schloss und Jesus Christus der einzige Schlüssel, der zu diesem Schloss passt. Die Fakten der hellenistischen Kirchengeschichte unterminieren den uneingeschränkten Monotheismus, denn sie lieferten das Neue Testament dem griechisch-hellenistischen Einfluss aus. Der aber war von Anfang an hebräerfeindlich, weil in den Augen der Griechen die Hebräer ein primitives Volk waren, womit sie auch Jesu einfache lehrweise als primitiv abtaten. Die Apostel fordern uns auf, den alleinigen Gott anzubeten. Das aber sollen wir im Namen Jesu tun. So wie es Paulus an die Epheser schreibt, in Kapitel 5, Vers 20 nachzulesen, sagt Gott dem Vater, Vater, alle Zeit Dank für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist das hebräische Glaubens-ABC der Urgemeinde, in der weder Gottvater noch sein Sohn Jesus Christus verleugnet wird. Oft habe ich in den Gemeinden den Eindruck, man freut sich so darüber, dass man den Schlüssel hat, vergisst oder ignoriert dabei aber das Schloss, für den der Schlüssel bestimmt ist. Wenn ich persönlich ins Gebet gehe, um mit Gott, dem allmächtigen Vater, zu sprechen, zu dem ich aber nur über den Namen Jesu komme, ist mir es, als bereite ich mich für die Ewigkeit vor. Ihr Lieben, und mit diesem Vortrag möchte ich auch meine Monotheismus-Reihe abschließen.